Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute zu Gast bei einem ganz besonderen Tierarzt, und zwar dem Dr. Uwe Petermann. Könntest du vielleicht noch mal kurz erklären, wo so die Unterschiede zu der traditionellen chinesischen Medizin liegen? Ich meine, gut, dass man Nadel verwendet, ist ja klar, aber die Laserakupunktur funktioniert ja nicht ganz so. Also das Schema ist ja ein bisschen anders. Nee, das ist eher das Schema Ohrakupunktur, Körperakupunktur. Die Ohrakupunktur ist eine, und darauf basiert eigentlich diese kontrollierte Akupunktur im Wesentlichen. Es geht alles auch über Körperakupunkturpunkte, aber das Ohr sozusagen als Blaupause des gesamten Körpers, also alle Punkte des Körpers sind sozusagen auf das Ohr projiziert nochmal. Das Ohr hat sozusagen einen sehr guten Überblick und kann sehr leicht diese Diagnostik machen. Ich habe vielleicht bei dem ersten Video, was wir neulich mal gemacht haben, hat man diese Ohrakupunktur mal erwähnt, wo genau beispielsweise der Hüftgelenkspunkt ist und so weiter. Solche Dinge. Und die moderne Akupunktur, die Ohrakupunktur, basiert mehr auf unserer modernen Medizin. Das heißt, da hat man Punkte für die Leber, für die Niere, für die Hypophyse, für die Schilddrüse, auch für bestimmte Nervenganglien, für jedes Gelenk, auch für hormonelle Punkte und so weiter. Und das ist völlig anders als die klassische Akupunktur. Andererseits hat man aber irgendwann vor ungefähr 15 Jahren hat man angefangen, die ganzen Körperakupunkturpunkte auch aufs Ohr zu projizieren und hat dann Übereinstimmungen gefunden. Also beispielsweise liegt auf dem vorher bekannten Lungenpunkt liegt jetzt der Punkt Lunge 7 oder auf dem vorher bekannten Nierenpunkt liegt jetzt der Punkt Niere 7. Das heißt, so kommt letztlich die westliche Medizin und die östliche Medizin, fernöstliche Medizin, die traditionelle Akupunktur zusammen. Und interessanterweise ergibt sich daraus keine Disharmonie. Es ist, man kann letztlich traditionell denken und kommt zu ganz ähnlichen Ergebnissen, als wenn man über die moderne Schiene der Ohr-Akupunktur denkt. Also ist das fast so wie ein Upgrade, oder? Man kann sagen, es ist eine moderne Variante, die sich völlig unabhängig eigentlich von der traditionellen Akupunktur entwickelt hat, die aber trotzdem kongruent ist. Ja, das ist doch eigentlich mal gar nicht schlecht zu sagen. Es zeigt, dass das gleiche System behandelt wird, nur mit unterschiedlichen Grundideen und mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Es ist so, wir sind westlich erzogen worden und haben dadurch einen ganz anderen Hintergrund. Deshalb ist für uns auch das Verständnis der Ohr-Akupunktur sehr viel einfacher und auch der Einstieg in die traditionelle Akupunktur ist sehr viel einfacher über die Ohr-Akupunktur. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn man das erst mal schon kapiert hat und sieht, das funktioniert ja, dann ist auch mit meiner Ehrgeiz sein, dann möchte ich jetzt aber auch mal gucken, was haben die sich früher dabei gedacht und natürlich ergänzt sich das auch. Man hat dann noch andere Ideen, die man noch mit dazu nehmen kann, Behandlungsschemata, die man noch mit dazu nehmen kann, die auch sehr interessant sind und letztlich ist das eine sehr schöne gegenseitige Befruchtung auch von der Ohr-Akupunktur auf die klassische Akupunktur und umgekehrt. Beispielsweise ist in die Chinesen, in der Humanmedizin, ist ein unglaublicher Drang, diese Ohr-Akupunktur-Dinge zu erlernen. Also die Deutsche Akademie für Akupunktur hat Lehrstühle an den großen chinesischen Akupunktur-Universitäten, wo unsere Akupunktur-Lehrer auf Englisch Vorlesungen in Ohr-Akupunktur beispielsweise machen in China. Und andersrum kommen Chinesen, chinesische Professoren hierher und lehren hier die Körper-Akupunktur und nehmen sogar, man kann sogar ein chinesisches, ein Universitätsdiplom als deutscher Arzt hier in Deutschland ablegen, bei einem chinesischen Universitätsprofessor. Also die Zusammenarbeit ist sehr, sehr gut und da gibt es also keine Disharmonie und das finde ich sehr wichtig auch. Ja, das stimmt. Finde ich auch. Das ist ja auch schön zu wissen, ne? Ich bin im Grunde genommen auch in der Ivers, bin ich auch das schwarze Schaf, weil ich Ohr-Akupunktur mache. Aber man akzeptiert mich und man respektiert mich trotzdem. Ich bin kein schwarzes Schaf, man muss ja überall geben irgendwie. Nein, ist auch nicht böse gemeint. Wie gesagt, ich liebe diese Leute und die lieben mich auch. Das ist schon eine sehr schöne Harmonie. Ja, ich glaube, das macht die Offenheit, die du... Das ist ja wirklich, die Leute sind offen. Das ist phänomenal.